Hallihallo ihr lieben Leute von heute und herzlich Willkommen zu meinem 800 Abonnenten Special. Wie ich schon in meinem 750 Abonnenten Special gesagt habe, habe ich natürlich schon weit mehr Abonnenten zusammen und dafür danke ich euch auf jeden Fall von Herzen. Ich wollte trotzdem weiter in diesen 50er Schrittchen erstmal machen, zumindest bis ich die 1000 erreicht habe, was jetzt vielleicht gar nicht mehr so lange dauern wird, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall sieht es im Moment halt relativ gut aus, was mich natürlich sehr freut. Deswegen auch da nochmal herzliches Dankeschön für und an jeden, der mich weiterempfiehlt. Ich wollte tatsächlich dieses 800 Abonnenten Special schon sehr viel früher aufnehmen, was aber tatsächlich nicht ging aus psychischen Gründen. Ich hatte wirklich die letzten Monate, eigentlich sogar schon über ein Jahr ging das. Zündliche psychische Probleme tatsächlich gehabt, aus privaten Gründen einfach. In den letzten Wochen war es nochmal richtig schlimm gewesen, da hatte ich richtig so ein bisschen Psychoterror wirklich erlebt, wo gar nichts mehr bei mir ging. Deswegen wollte ich Special schon viel fröhlicher, viel früher alles aufnehmen irgendwie, aber das ging halt überhaupt nicht klar. Ich wollte euch eigentlich viel schönere Nachrichten insgesamt geben, was nicht mehr ganz so hundertprozentig möglich ist. Ich habe mir jetzt ein bisschen Abonnenten Special gut bringen. Für 1000 habe ich schon eine gute Idee. Für 850, 900 und 950 muss ich mir noch was überlegen. Ich habe schon verschiedene Ideen, aber noch ist nicht so richtig safe. Ich hatte damals halt bei meinem 400 Abonnenten Special halt schon so wirklich einfach nur hauptsächlich geredet, über die schönen Seiten und die Schattenseiten von YouTube gesprochen, über ein paar Herzensangelegenheiten und dann hatte ich am Ende noch ein paar Testaufnahmen für euch reingeschnitten zum Beispiel. Und ich habe mir damals wirklich viele Gedanken auch gemacht. Ich habe mir so gedacht wirklich, hm, guckt sich das überhaupt einer an? Da werde ich garantiert viel Hate für kassieren, weil das interessiert halt wirklich niemanden und vielleicht war ich da, keine Ahnung, zu ehrlich oder sonst irgendwas oder komm, keine Ahnung, wie auch immer rüber. Ich weiß es nicht. Aber überhaupt nicht. Das Gegenteil war halt wirklich der Fall. Ich habe so viel Liebes-Feedback bekommen, so viel Nächstenliebe halt quasi wirklich, kann ich es wirklich nennen. Das war wundervoll einfach nur. Und deswegen dachte ich mir, ey komm, 400 Abos später machst du das Gleiche einfach nochmal. Und wollte einfach so ein bisschen labern, wie im Moment so mein Leben aussieht mit YouTube, mit Twitch, mit meinem Beruf, sag ich mal auch allgemein, einfach so ein bisschen, ja, euch so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen vielleicht auch bieten tatsächlich. Erst einmal finde ich es wirklich tatsächlich immer wieder sehr, sehr schön, muss ich sagen, natürlich besondere Kommentare zu kriegen. Es gibt natürlich weiterhin sehr lustige Kommentare, weil sie so stumpf sind tatsächlich. Irgendwie so von wegen einfach nur Erster, Zweiter oder Weiter geht's oder schönes Video, schöner Part, keine Ahnung, wo ich nun denke, ja, danke, aber... Ne, am besten sind halt eigentlich wirklich dann wie Kommentare mit Timesteps, wo auf bestimmte Sachen im Video natürlich eingegangen wird oder an sich irgendwie allgemein nochmal ein bisschen mehr ausformulierteres Feedback einfach, egal ob es jetzt Lob ist oder vielleicht auch Kritik, einfach so ein bisschen, ne, dass man ein bisschen wirklich mehr zu sehen hat, okay, wie ist wirklich deine Meinung zu etwas, ne. Ist ja auch dann das Problem zum Beispiel allgemein bei Likes oder Dislikes, dass man da nicht weiß, wenn jemand ein Dislike gibt, okay, warum, ne. Ist natürlich dann besser, wenn jemand sagt, okay, hat mir halt nicht gefallen, weil gerade diese oder jene Stelle hat mich vielleicht wütend gemacht oder traurig gemacht, hat mich an etwas aus meinem Leben erinnert, deswegen, ich konnte es gerade nicht anders als ein Dislike zu geben, was weiß denn ich, was der Grund ist, ne. Oder vielleicht gefällt ihm auch meine Nase ansonsten nicht in Videos wie heute, wo ich mich einfach nur zeige, ne, man weiß es halt wirklich nicht. Ich habe ja auch einen nach wie vor sehr treuen Disliker, da sind schon die wildesten Witze zu entstanden, so von wegen, dass er Wurstfinger hat, immer auf die falsche Taste drückt, wo ich dann auch aber hingegen denke, man macht das ja mit der Maus und nicht mit einer Taste, aber okay. Ich frage mich auch wirklich, was dieser Disliker nach wie vor damit erreichen möchte. Denkt er wirklich, er macht mich dann damit, dass er einen Dislike gibt, so fertig, dass ich keine Videos mehr machen werde oder sowas, ne. Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe daran einfach viel zu viel Freude, als dass mir da irgendwie so ein, ich sag mal wirklich vorsichtig in Anführungsstrichen, Idiot, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Sag das auf jeden Fall nur wegen so einem einzelnen Menschen, werde ich mir mein Hobby hier nicht kaputt machen lassen. Das macht mir einfach wirklich viel zu viel Freude aufzunehmen und es dann auch hochzuladen für euch. Das ist einfach toll. Allgemein auch dieser Austausch und der Austausch ist nach wie vor ja das, wofür man das überhaupt auch letztendlich noch mal macht, weil sonst kann ich auch für mich alleine zocken und mir selber einen vom Pferd erzählen oder sowas, ne. Das ist dann egal. Deswegen ist es manchmal wirklich umso trauriger, wenn da halt wirklich nichts an Feedback natürlich zurückkommt. Weder Likes noch irgendwie Kommentare, gerade wenn auch wirklich viele Klicks da sind und dann nur wenige Likes und kein Kommentar, wo man sich fragt, okay, woran liegt's, was, was genau ist denn hier, ne. Da fehlt manchmal so ein bisschen der Input, sag ich mal, das Feedback halt. Ist ein bisschen schade, aber ich weiß, dass es natürlich auch teilweise daran liegt, dass zum Beispiel viele Leute ganz bequem YouTube über den Fernseher gucken und dann ist die Tastatur weit weg und auch die Maus, dass sie dann halt nicht unbedingt ein Like geben können oder vielleicht wirklich nur ein Like, aber nichts schreiben können, wollen, wie auch immer. Aber umso schöner ist es auf jeden Fall auch wirklich, gerade wenn sich mal stille Zuschauer oder Leute, die zumindest eigentlich still waren immer, wenn die sich auf einmal zu Wort melden. Da ist mir nämlich auch was richtig Schönes passiert. Ich nenne jetzt mal den Namen nicht und auch, ich lese auch nicht den ganzen Kommentar vor, weil es bezog sich hauptsächlich auf jeden Fall auf Tomb Raider. Aber ich möchte einen Teil dieses wunderschönen Kommentars vorlesen. Der ist schon jetzt ein bisschen älter, ein paar Wochen, aber ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Ich war ja jetzt letzten Freitag das erste Mal in deinen Streams dabei und es hat echt Spaß gemacht. Man hat sich wohl und willkommen gefühlt und das nicht nur von dir, sondern auch von deiner Community. Und da kann ich mich nur sehr herzlich bedanken. Sehr sympathisch und man hat immer was zu lachen. Einfach ehrlich und nichts Aufgesetztes und sehr authentisch. Mach weiter so. Du bist eine tolle YouTuberin, Streamerin, Let's Playerin. Auch ganz süße Smileys mit so Party und sowas, alles mega nice einfach nur. Und wenn ich sowas lese, genau dann denke ich mir, ja, genau für solche Menschen mache ich das, was ich hier mache. Genau das möchte ich erreichen, auch früher schon, wenn ich Kommentare bekam so, oh Mann, ich hatte so einen miesen Tag heute in der Schule oder auf der Arbeit und jetzt bin ich zu Hause und habe jetzt ein neues Video geguckt. Jetzt geht es mir schon viel besser. Das ist doch wunderschön. Wie gesagt, genau dafür mache ich das einfach, um euch eine Freude zu machen, um halt ein schönes Miteinander zu haben, auch wenn es nur übers Internet ist. Das ist mir einfach selber wichtig, etwas für andere und mit anderen zu machen. Und es ist einfach wunderschön, wirklich. Also nach all den Jahren, wo ich das jetzt schon mache, es hat sich nichts geändert in dieser Hinsicht. Ich mache das immer noch so gerne, außer dass ich jetzt bessere Qualität mal liefern kann. Und dass ich ein bisschen mehr von der Konsole auch weggekommen bin, dass ich jetzt auch mal mehr am PC mache, seien es RPG-Maker-Spiele oder halt an sich eher Spiele wie Fran Bow, obwohl Fran Bow gibt es glaube ich auch inzwischen sogar für die Konsole, ich bin mir unsicher. Aber allgemein so Point und Klicks oder auch mal zwischendurch, was jetzt auch noch relativ neu ist, habe ich jetzt auch schon länger nichts dazu gemacht, aber auf jeden Fall war es eine völlig neue Erfahrung für mich, mal so Tierlist-Videos zu machen. Dann habe ich bei anderen gesehen und dachte so, hey, das ist voll cool, möchte ich auch mal machen, ist mal was Neues, mal was anderes. Wieder auch ein bisschen vielfältig sein in dieser Hinsicht, das ist einfach schön. Und ja, ich kann mich wirklich nicht beklagen. Was ich auch neulich gemacht habe, ist zum Beispiel ein bisschen mit Suno herum experimentiert. Vielleicht kennt ihr das, das ist ein Programm, womit man halt selber sehr einfach Musik machen kann. Entweder man gibt halt selber einfach nur ein Thema vor, das muss auf Englisch sein, Deutsch versteht das in dieser Hinsicht überhaupt nicht. Die Songs sind dementsprechend auch auf Englisch, aber insgesamt funktioniert das schon ziemlich gut. Gerade wirklich die Musik und die KI-Stimme, wie das dann betont wird, wie das gesungen wird, also ich bin da total fasziniert von, ehrlich gesagt. Und ich habe da neulich ein Lied komponieren lassen über einen Vampirkönig und seine Sklaven, wirklich sage ich mal. Und dass er sie aber eigentlich liebt und ihr eigentlich nichts tun möchte und sowas, so wie ich halt bin, so die Romantikerin und sowas. Und dieser Song hat mich dann doch dazu inspiriert, selber auch einen Song zu schreiben. Der wird die nächsten Tage auf jeden Fall hochkommen. Ich wollte dazu noch ein schöneres Musikvideo halt haben, weil Suno ist ja in dieser Hinsicht das Coole daran, wenn man diese Songs wirklich auf online stellt, beziehungsweise auf public, da gibt es so einen kleinen Regler, den man dann so umschalten kann. Dann gibt es nicht nur das als MP3-Verein zum Downloaden, sondern halt auch als Video, als MP4 wirklich, wo dann der Text auch angezeigt wird und so ein kleines Cover, was dann automatisch auch erstellt wird. Und das passte zu dem Song halt einfach gar nicht. Weil ich habe den Song dann wirklich halt König der Vampire genannt, den ich dann selber geschrieben habe, auf Deutsch, wie gesagt auch. Ja, und da war dann irgendwie ein Bild von einem Wald und zwei Wildschweinen. Da habe ich mir gedacht, was hat das mit dem Lied zu tun? Gar nichts. Wenn ein Schloss im Hintergrund gezeigt worden wäre oder würde ich irgendwie ein Kerker mit einer Fackel oder sonst irgendwas, hätte ich gesagt, okay, komm, nehme ich so eins zu eins, ist vollkommen okay, reicht. Dann wird auch sofort Suno eingeblendet, dass man weiß, hey, das ist wirklich nur damit gemacht, deswegen nicht zu großer Hype, ich verdiene nichts damit etc. pp. Aber so habe ich gedacht, das ist noch zu unschön tatsächlich. Deswegen, ich werde natürlich das, wie gesagt, noch hochladen, weil ich es euch einfach präsentieren möchte. Ich habe den Song meiner Mutter vorgespielt und sie hat gesagt, boah, der Song ist mega gut, solltest du echt hochladen. Da habe ich mir überlegt, okay, könnte ich das machen? Ich habe mich dann schlau gelesen auf Suno. Und da stand auch bei, ja, das darf man auf jeden Fall machen, solange man damit kein Geld verdient. Es sei denn, man bezahlt Suno, da gibt es ja auch Abos, sage ich mal, die man abschließen kann oder Mitgliedschaften, wie auch immer. Und dann darf man das auch für kommerzielle Zwecke nutzen, aber so halt nicht. Und man muss es halt natürlich angeben. Klar, würde ich dann in die Videobeschreibung schreiben. Wie gesagt, Stimme, Musik an sich, die Instrumente und sowas, alles künstlich hergestellt von Suno. Nur der Text selber von mir und das Musikvideo will halt jemand für mich machen. Den ersten Versuch sozusagen habe ich schon bekommen. Der hat mir aber überhaupt nicht gefallen, weil das einfach viel zu viele Effekte waren irgendwie im Video. Und ich dachte so, Hilfe, ich werde erschlagen. Das passt überhaupt nicht. Bitte simpel. Ich wollte das ja gar nicht so. Normalerweise würde ich es auch selber machen mit Camtasia. Aber irgendwie macht Camtasia totale Macken schon seit längerer Zeit bei mir und sagt immer irgendwie, dass das nicht speichern könnte oder auch nicht verarbeiten könnte. Ich weiß noch nicht genau, was da los ist. Ich bin da nicht hintergekommen. Deshalb habe ich da jetzt mal halt jemanden gebeten, habe, hey, du machst das doch gerne. Könntest du mich vielleicht unterstützen? Und zum Glück ja. Ja, deswegen, da werdet ihr noch was richtig Schönes auf jeden Fall die Tage bekommen. Ja, ansonsten abgesehen auf jeden Fall von dieser kleinen Spielerei, sage ich mal, nebenbei. Und YouTube mache ich natürlich inzwischen ja auch regelmäßig Streams auf Twitch. Da bin ich sehr froh, dass ich jetzt Twitch-Affiliate-Status erreicht habe, auch tatsächlich. Ist einfach noch viel schöner, ne? Würde ich mit diesen Random-Sounds zum Beispiel, die zwischendurch eingespielt werden, einfach nur zum Lachen zwischendurch oder halt auch wirklich, wo ich mich dann wirklich erschrecke. Gerade mit dieser Song, äh, dieser Song, dieser Sound aus Resi 4 kommt mit der Wattalo. Da bin ich schon so oft zusammengezuckt. Ist einfach nur richtig, richtig cool dann wirklich. Muss ich ja selber dann drüber lachen, wenn ich mich erschrecke. Ist einfach schön. Und ich finde es auch nach wie vor interessant. Ich finde es gut, wie ich das aufgebaut habe, muss ich selber sagen. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Aufteilung, sage ich mal, dass ich sage, hey, jeden Montagabend Tomb Raider Remastered, bis ich halt damit mit allen möglichen Challenges durch bin. Dann muss ich mir ja was anderes mal überlegen. Wobei es ja auch noch den Randomizer gibt inzwischen fürs Remaster. Das wird eigentlich auch noch dann eine Weile dann sich hinziehen. Vielleicht nochmal ein paar Speedruns auch, ne? Man weiß es nicht. Ich hatte ja erst einmal da diese pazifistischen Runs gemacht oder zumindest versucht. In Tomb Raider 2 musste ich ja leider das aufgeben. Bei der Bohrinsel, da ging einfach gar nichts mehr. Bei Tomb Raider 3 hingegen habe ich es lustigerweise geschafft. Mit ein paar Pflichtkills. Ich glaube 16 Pflichtkills hatte ich oder sowas. In Tomb Raider 1 hatte ich nur einmal versucht, damals noch mit dem Original, wo ich wirklich noch Speicherkristalle hatte, mit der ganz normalen PS1-Version halt. Da bin ich dann in St. Francis Folly durch die Fledermäuse einfach gestorben, weil die mich ja überall hinverfolgen konnten und mich einfach getötet haben. Das will ich irgendwann nochmal im Remaster dann besser versuchen. Jetzt mache ich ja diese New Game Plus Challenge, wo ich Tomb Raider 1 mit Würgen und Brechen und vor allem leider Rucklern geschafft habe. Ich glaube, das lief im Stream allgemein sogar ein bisschen besser als die Aufzeichnung davon, was echt schade ist. Tomb Raider 2 New Game Plus war wirklich auch ein absoluter Albtraum. Das habe ich jetzt vor kurzem erst beendet. Gerade das Level zu Hause. Gerade das letzte Level, wirklich. Wo dann, ich weiß nicht, waren das 16 Gegner auch nochmal oder 18 Gegner, die bei Laras Haus dann da nochmal einbrechen. Aber ich glaube, es waren 16. Ja, doch, müsste. Ich glaube schon. Ich glaube, es waren 16. Und das Spiel endet halt nicht, bevor du diese 16 Gegner halt auch gekillt hast. Und normalerweise hast du ja ungefähr, ich glaube, zwei große Midi-Packs und ein kleines in deinem Waffenschrank. Und hier hatte ich ja gar nichts im New Game Plus. Ich hatte kein einziges Midi-Pack. Und dann das Level schaffen. Also das habe ich auch als Highlight-Szene für Twitch tatsächlich nochmal auch rausgeschnitten. Auch wenn das nicht so richtig geklappt hat. Also dieses Schneide-Tool bei Twitch ist wirklich grausamst. Ich habe das eigentlich richtig eingestellt, habe es mir dann so angeguckt, der Anfang, wo ich dachte, okay, diesen Anfang hatte ich zwar nicht genommen, aber der geht, den kann man nehmen. Aber das Ende war mega komisch. Das war auf einmal mega abgehackt, wo ich dachte, warum? Ich habe das überhaupt ganz anders angegeben. Was ist denn da passiert? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich sehr seltsam einfach nur. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das wird auch natürlich in meiner Jahresrückblick erwähnt werden. Und ja, können die nochmal sehr gespannt darauf sein. Ich meine, vorher wird es auch an sich natürlich hochgeladen als Video. Da kann ich echt nur empfehlen, euch den letzten Part von New Game Plus in Tomb Raider 2 anzugucken. Es war wirklich, es war ein Krampf. Ich wollte schon fast aufgeben tatsächlich und habe dann wirklich gesagt, was ich eigentlich nicht sagen wollte, aber ich habe dann wirklich auch gesagt, so von wegen, Leute, ich werde das hier abbrechen, es sei denn, ihr zahlt mir jetzt was dafür, weil ich habe echt keinen Bock mehr, das macht mich fertig. Und dann, ja, wurde ich quasi dafür bezahlt, es durchzuziehen und dann habe ich es halt durchgezogen. Deswegen, ich habe nur nicht wirklich selber daran geglaubt, dass ich es schaffe. Aber ich habe es geschafft und das ist eine gute Sache. Ja, so viel dazu auf jeden Fall. Und freitags stream ich ja auch und freitags mache ich dann halt was anderes Besonderes, wirklich so eher just Chatting-mäßig, wo ich dann was nebenbei spiele, wie halt irgendwelche kleinen Online-Games, wie neulich hier Victors Nightmare oder Music Box of Life, was dann so Wimmelbilder-mäßig halt auch war, war natürlich auch nicht für jeden was, war vielleicht für manche auch ein bisschen zu langweilig, aber ist halt einfach was Kleines, Nettes für so nebenbei im Hintergrund. Hauptsächlich halt mit den Leuten wirklich da im Chat interagieren, was ich ja auch wirklich einfach gerne mache, kann man nicht anders sagen. Oder was mir auch sehr gut gefallen hatte, war, wo ich diese Quizzes beantwortet hatte, beziehungsweise diese Kinder-Serien-Intros erraten, was ich genannt hatte, ein bunter Mix, ist noch nicht so lange her, kann ich euch sonst sehr empfehlen, euch das auch mal anzugucken. Wobei das schon für eine Stream-Aufzeichnung relativ viele Klicks auch hat, was mich echt sehr freut, weil das war auch einfach wirklich ein cooler Mix, was da insgesamt war. Und gerade am Anfang diese Sachen dazu erraten, so ein bisschen mitzusingen und sowas, ist einfach schön. Auch das zum Beispiel, dass ich hier halt für Kanalpunkte das zur Verfügung gestellt habe, dass man den Gesangsmodus aktivieren kann, wo ich dann fünf Minuten lange alles singend kommentieren muss, wo ich inzwischen aber auch eher frage, habt ihr bestimmte Songwünsche, wo ich dann einfach ein Lied wirklich dann singen muss, sag ich mal. Da hatte sich Wichtel zum Beispiel mal die Songs von Mulan gewünscht, also gerade hier Sei ein Mann. Und auch dieses andere habe ich dann noch angesummt, Wer bin ich oder mein Spiegelbild, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Auf jeden Fall dieses andere Lied, was Mulan im Garten singt, wo sie sich dann so abschminkt und sich denkt, sie ist nicht die perfekte Braut und wird es niemals sein und enttäuscht immer nur alle und alles ist schrecklich und überhaupt. Und das war einfach wirklich schön. Das macht mir sowieso auch Spaß zu singen. Ich weiß, Coversongs sind ziemlich wenig geworden, Auftritte habe ich auch nicht mehr momentan, weil ich halt nicht mehr bei der Stage bin. Vielleicht oder hoffentlich auch kehre ich eines Tages zurück, aber das kann ich leider nicht versprechen, wie mein Leben da weiter verlaufen wird, wohin es mich verschlagen wird und sowas. Keine Ahnung. Aber wir werden sehen, was die Zukunft noch so bringt. Muss ich halt auch mal gucken, ob ich mit dem Headset hier sonst vernünftig den ein oder anderen Coversong mal hier aufnehmen kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert tatsächlich. Müsste ich eigentlich mal machen, ich weiß. Vielleicht kommt da dann irgendwann nochmal was, aber ich weiß es nicht. Ich singe zwar immer noch sehr gerne, aber insgesamt, was es so mit Aufnehmen und Hochladen angeht, ist es halt wirklich weniger geworden. Ich gebe es zu. Ich wollte mit euch noch über etwas ganz Wichtiges jetzt sprechen. Das war jetzt wirklich nur so YouTube-Twitch und ein bisschen auch über Sono gequatsche. Aber ich möchte nochmal wirklich auch über eine Herzensangelegenheit mit euch sprechen. Ist halt auch, wie gesagt, mein Beruf. Ich bin ja wirklich Autorin und ich möchte euch wirklich nochmal ans Herz legen. Mein allererster Roman. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Es ist so schön. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Gefühl ist, ein Buch in den Händen zu halten, was ihr selber geschrieben habt? Ich finde das immer noch unglaublich, wenn ich das einfach so hier halte und dann so denke, ey, das habe ich geschrieben. Und es sieht wirklich aus wie jedes andere Buch einfach aus dem Laden. Es ist geradezu perfekt, wie es halt gemacht wurde, wie es verarbeitet wurde. Es ist einfach toll. Kann ich nicht anders sagen. Und ich finde es interessant, wirklich, dass die Augen des Vampirs auf dem Hardcover besser zu sehen sind als beim Softcover. Kann man jetzt, glaube ich, nicht so gut erkennen im Vergleich, wenn ich das jetzt hier so mal versuche. Ja doch, man sieht die Augen hier so ein bisschen. Dann mal hier im Vergleich. Okay, in der Kamera sieht man das sogar ziemlich gut. Wenn man einfach nur so drauf guckt, dann sieht man das irgendwie nicht so gut. Lol. Interessant. Aber es ist einfach so, so schönwürdig. Ich bin immer noch so froh, dass ich das gewagt habe, dass ich das gemacht habe tatsächlich. Ich hatte so Bedenken wirklich, so von wegen, ja, dann muss ich wirklich selber eine Steuererklärung machen. Habe ich noch nie? Kriege ich das hin? Muss ich einen Steuerberater beauftragen noch und den bezahlen? Und wie mache ich das alles? Ne, überhaupt. Erstmal so davorstehen, sage ich mal. Und dann sich sagen, okay, ich schreibe gerne. Und hey, ich habe jetzt hier quasi wirklich was fertig. Aber wie mache ich das? Wie kann ich das wirklich am besten veröffentlichen? Versuche ich es auch mit dem Verlag oder mache ich Self-Publishing? Das sind alles Sachen, die man sich vorher halt überlegen muss. Ich bin auch als Kleinunternehmerin angemeldet tatsächlich. Sowohl für meine Bücher als auch für Twitch, da ich jetzt, wie gesagt, Twitch-Affiliate-Status habe. Und wenn ich die tausend Abonnenten erreicht habe auf YouTube, kann ich dadurch auch ein paar Sends, wie gesagt, es wird nicht viel sein, aber ein paar Sends auch durch YouTube verdienen. Und ja, es ist einfach auf jeden Fall wirklich nach wie vor, wie gesagt, faszinierend, wie Spooky sagen würde. Das ist einfach schön. Ich habe wirklich so lange an diesem Buch gesessen. So, so lange. Ich habe das auch in meine Danksagung geschrieben und auch in meine Vita, könnte man so sagen, auf Tradition. Dass ich halt wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wann hatte ich angefangen? 2018 oder sowas. Und 2023 kam es dann halt, wie gesagt, im Sommer raus. Lag aber auch daran halt, dass ich an mehreren Geschichten wirklich gleichzeitig am Anfang geschrieben habe. Und mich dann erst mal irgendwann fokussieren musste auf eine Geschichte, damit mal irgendwas auf jeden Fall auch wirklich fertig wird. Weil ich bin ja wirklich, je nach Inspiration, je nach Lust und Laune, bin ich mal von einer Geschichte zum nächsten gesprungen. Ach ja, ne, kommst du hier nicht, kommst du morgen, so nach dem Motto. Und dann dachte ich aber schon, komm, es muss vorangehen. Wo bin ich am weitesten? Habe ich wirklich auch da nachgeguckt? Wo habe ich schon die meisten Seiten geschrieben? Okay, hier, dann bringe ich jetzt auch die zu Ende. Und daraus ist dann halt, ich liebe, einen Dämon entstanden. Und, ja, mir fehlen so ein bisschen die Worte, ihr merkt es, ich will das auch nicht schneiden oder sowas, damit es dann auch nach wie vor authentisch ist. Das ist mir einfach selber sehr wichtig. Aber, ähm, es ist einfach wirklich ein krasses Erlebnis. Die Einstellungen, die man auf Tradition selber dann vornehmen kann, konnte, wie auch immer, waren jetzt auch nicht so perfekt, auf jeden Fall. Gerade, wo die selber damit geworben haben, ja, wir haben so viele Vorlagen, aus denen du dann das perfekte Cover auch für dich erstellen kannst. Und das waren dann so vielleicht zehn Stück oder weniger. Wo ich dann auch dachte, das nennt ihr sehr viele. Okay, ist ein bisschen schwieriger, ne? Ich hatte dann irgendwie so ein schwarzes Cover halt, würde ich einfach gewählt, was für ein Krimi auch ursprünglich wirklich gedacht war, wo noch eine Pistole am Anfang drauf war und sowas. Wie gesagt, habe ich alles dann weggemacht, ihr seht es ja. Da ist nichts in dieser Hinsicht mit irgendwie Dingens, die da Bums da. Und nur diesen Rahmen hier, dieses Buch quasi, was hier drumherum ist, das habe ich tatsächlich gelassen. Das war von Anfang an so. Habe dann noch diesen Blutfleck hier auch reingefügt und das stand natürlich auch schon unten in der Ecke, ansonsten relativ schwarz gelassen. Dann würde ich halt ein Foto genommen, was ich selber aufgenommen habe. Dann noch den Titel reingeschrieben, mein Pseudonym hier drüber. Und ja, für ein erstes Cover, wofür ich trotzdem, ich habe glaube ich wirklich einen Tag gebraucht oder zumindest einen halben Tag, um das Cover zu erstellen. Es sieht total simpel aus, aber es war wirklich eine Friemelarbeit. Vor allem, was man hier jetzt nicht so gut sehen kann, ist das, was man hier eher sieht. Ich hatte mir halt Gedanken gemacht, es sah erstmal halt zu schwarz aus, weshalb ich dann wirklich noch einen Rand haben wollte. Das sieht man halt hier. Einmal diesen Blutsprinkelrand und hier oben dieses Weiße, was dann so ein bisschen noch mal schöner aussieht, so ein bisschen auch edel wirklich, wie halt passend zu einem Vampirschloss oder sowas, auch wenn es hier drin keineswegs um ein Schloss geht. Ein Schloss wird mit keinem Wort auch erwähnt. Auf der Rückseite zum Beispiel auch. Deswegen, das ist hier zum Beispiel auch halt wirklich nicht zu sehen, wenn man das nebeneinander hält. Der Rand ist hier einfach weg. Es ist halt wirklich ein Unterschied in dieser Hinsicht. Weil das hier irgendwie zu weit, ja, in den Hintergrund rückte oder sowas. Es wurde einfach abgeschnitten. Beim Taschenbuch hatte ich nochmal ein bisschen Hilfe halt. Ja. Wodurch es dann zu Glück nochmal richtig angepasst werden konnte. Ich hatte das irgendwie selber nicht hingekriegt. Es war wirklich halt nicht leicht. Und deswegen, daran kann man halt auch den Unterschied umso besser erkennen. Hardcover oder halt Taschenbuch. Und E-Book gibt es natürlich auch nach wie vor. Was die Preise angeht, habe ich mich ja auch, oder FSK-Angabe, habe ich mich auch orientiert an anderen Büchern wie Eragon und Twilight. Habe ich geguckt, wie viele Jahre sind diese Bücher, wie viel kosten diese Bücher ungefähr. Was kann ich dann für mich nehmen. Da habe ich dann so ein bisschen das in dieser Hinsicht abgeglichen auch, dass ich nicht halt irgendwelche total utopischen kranken Preise auch nehme oder sowas. Und trotzdem ist das, was wirklich das Buch an sich kostet und was ich letztendlich vom Verkaufspreis bekomme, ist ein großer Unterschied. Weil das meiste kriege ich ja wirklich noch, wenn man über den Shop von Tradition selber kauft. Und kein Mensch kennt eigentlich diesen Shop. Es sei denn, ich sage das immer dabei, bitte über den Shop von Tradition, wenn es dich denn interessieren sollte. Weil ansonsten, egal ob es jetzt Amazon ist oder Thalia oder Hugendubel oder wer auch wirklich immer, die wollen natürlich auch was vom Verkaufspreis haben, logischerweise. Und vorher geht das ja schon, wie gesagt, allgemein über Tradition, dann die Druckerei, die Buchbinderei. Das ist ja wirklich so ein Rattenschwanz, was hinten dran hängt. Und das sieht man erstmal auch selber gar nicht. Erst wenn man sich halt wirklich, wie ich jetzt genauer damit beschäftigt, notgedrungen ja auch, muss man ja sagen. Das ist halt wirklich einfach krass. Aber ich habe auf jeden Fall einen Plan bezüglich meines zweiten Buches, was schon fast fertig ist. Ich würde mal so sagen 90 Prozent oder 85 Prozent mindestens. Ich weiß auch ganz genau, was schon passieren soll, wie es enden soll. Ich muss es nur noch ausformulieren. Und das ist halt auch tatsächlich mehr Aufwand, als man denkt. Manchmal schreibt man auch im müden Zustand noch irgendwie was und denkt sich hinterher so, was habe ich da für einen Scheiß eigentlich geschrieben? Nochmal alles löschen, alles neu machen oder wie kann ich das umformulieren? Etc. Es kann alles Mögliche passieren. Und gerade momentan ist mein Schlafrhythmus auch ziemlich kaputt irgendwie, weshalb ich nachts nicht mehr vernünftig arbeiten kann. Und ich weiß nicht warum, aber tagsüber bekomme ich tatsächlich nichts Vernünftiges zustande. weil die Dunkelheit selbst mich inspiriert. Wenn jetzt die Sonne scheint oder sogar wenn ein bewölkter Tag ist, dann klappt das so gut wie gar nicht einfach. Also beim bewölkten Tag bedingt manchmal. Aber ich brauche wirklich eigentlich die Dunkelheit der Nacht, lustigerweise. Ist einfach so. Meine Mutter hat auch gesagt, ja zieh doch mal deine Vorhänger da einfach zu. Mach dir Licht an, hast du auch abends Atmosphäre. Nein, das ist ein Unterschied. Ich sehe die Sonne ja trotzdem noch links und rechts und oben und unten so ein bisschen am Vorhang vorbeischeinen. Das Feeling stimmt einfach nicht. Ich brauche meine gewisse Schreibatmosphäre. Nur so kann ich perfekt arbeiten. Ist natürlich dann eine Einschränkung automatisch auch für mich, aber so funktioniere ich nun mal am besten. Es ist einfach so. Genauso wie ich Horrorspiele nicht tagsüber gut aufnehmen kann, weil dann kriege ich davon Depressionen. Das kann ich nur nachts aufnehmen tatsächlich, wenn es wirklich dunkel auch draußen ist. Ich bin special. Ist halt so. Was soll ich machen? Aber Fakt ist, auf jeden Fall würde ich für mein erstes Buch gehen. Die Buchverkäufe noch so ein bisschen schleppend. Klar, in manchen Monaten, wie auch Dezember wegen Weihnachten und sowas, ging es ein bisschen besser. Dann flachte es wieder so ein bisschen ab. Aber wenn man bedenkt, es ist jetzt seit über einem Jahr halt draußen und nur in zwei Monaten habe ich bisher dafür überhaupt Geld bekommen. Tatsächlich. Weil erst ab 25 Euro wird man auf Tradition auch ausbezahlt. Und ja, ihr könnt euch dann ungefähr halbwegs ausrechnen oder vorstellen, wie viel ich bekomme. Es ist wirklich nicht viel. Deswegen, ich kann euch nochmal wirklich sagen, wenn euch Krimis interessieren, wenn euch Liebesgeschichten interessieren, wenn euch einfach nur Fantasy-Geschichten oder Vampir-Geschichten halt auch wirklich speziell interessieren, dann holt euch wirklich gerne mein Buch. Es gibt ja auch eine kostenlose Leseprobe schließlich, die würde ich euch auch empfehlen, tatsächlich auf Tradition zu lesen, wenn ihr sie lesen wollt, weil es da wirklich eine sehr schöne Ansicht gibt für die Leseprobe. Auf Amazon zum Beispiel oder auch Thalia, ich habe das da auch so ein bisschen halt kontrolliert tatsächlich. Da sind so viele Bindestriche eingeführt worden, die im Buch gar nicht so stehen. Und ja, die sind halt wirklich störend. Also ich finde, sie unterbrechen sehr unschön den Lesefluss und deswegen, um einfach nur reinzuschnuppern, ist es das Beste, das über Tradition zu machen, tatsächlich. Da hat man richtig so eine schöne Buchvorlage, würde ich als wäre es auch so aufgeklappt und kann man dann wirklich schön auch so umblättern halt. Es ist wirklich halt sehr viel schöner. Deswegen würde ich euch dies auf jeden Fall empfehlen. Ich habe auch ein sehr schönes Hörspiel ja quasi zu meinem ersten Buch gemacht, wo mein kürzestes, naja, fast mein zweitkürzestes Kapitel halt als Creepypasta verkauft wurde, mit dem lieben Tales of Cthulhu zusammen und Gore's Creepshow, mit dem habe ich das auch, der war auch Gast Sprecher dabei. Ist wirklich gut geworden, geht nur sechs Minuten lang. Habe ich nochmal so ein kleines Vorwort geschrieben, damit man weiß, was in den vorherigen Sachen schon so ungefähr passiert, dass man leichter reinkommen kann in die Geschichte. Ob es jemals ein ganzes Hörbuch geben wird, ist eine andere Frage, weil das bietet Tradition zum Beispiel nicht an. Das müsste ich irgendwie nochmal ganz anders extra machen und das ist ein Riesenaufwand und auch natürlich kostspielig, wo ich erstmal was rausgeben müsste. Und klar, man muss ein bisschen was für solche Sachen investieren, aber ich möchte ungerne unbedingt mehr reinstecken, als ich hinterher rausbekomme. Das ist, denke ich, mal logisch einfach. Und ich finde es aber wirklich schön, so ein kleines Hörspiel zu haben, dass es auch schon mal mehr wird als gar nichts, wo man sich so denkt, ey, das kann man sich hier anhören und das habe ich geschrieben. Das ist einfach ein wahnsinns Gefühl, wirklich, unglaublich. Das ist einfach schön. Das auch im Bücherregal stehen zu haben und zu denken, was war das denn nochmal? Und dann so, ach, guck mal hier, das ist ja meins. Das ist wirklich schön. Für mein zweites Buch habe ich das auch geplant. Und wie gesagt, es wäre schon längst fertig tatsächlich, wenn halt ich nicht diese psychischen Probleme gehabt hätte. Das hat meine Arbeit sehr gestört. Manchmal gab es wirklich Abende, wo ich gedacht habe, oh, ich habe so Bock auch gerade und ich bin so motiviert und inspiriert. Jetzt setze ich mich hin und schreibe stundenlang. Und dann kam wieder irgendein Mist, sag ich mal, irgendwelche Nachrichten oder sowas und das hat die komplette Energie genommen. Und dann saß ich da nur noch und dachte, wow, und was mache ich jetzt so eigentlich noch mit dem restlichen Tag? Keine Ahnung. Ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren. Ich konnte mich über nichts mehr freuen. Es war einfach nur wirklich furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Ich hoffe, dass ich meinen zweiten Roman noch dieses Jahr fertig bekommen werde. Auch wirklich für euch für Weihnachten natürlich. Und auch gleichzeitig auf der Seite natürlich für mich, fürs Weihnachtsgeschäft, wie man halt so schön sagt. Ist ja nun mal einfach so. Was soll ich schön reden? Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich hoffe es sehr. Aber ich möchte es halt auch wirklich besser machen, weil es halt auch werbungstechnisch oder vorlesungstechnisch, ich durfte keine einzige Vorlesung, ansonsten würde ich da draußen in normalen Geschäften, Bibliotheken, Bücherläden machen oder sowas. Ich hatte mehrere angefragt und entweder bekam ich gar keine Antwort oder nur so, nö. Ich bin dafür halt zu unbekannt und da wollen sie das gar nicht erst irgendwie machen oder mir auch die Möglichkeit geben, bekannter zu werden. Ich weiß nicht warum, ich finde es ein bisschen böse. Aber ist dann halt so, muss man mit leben, muss man hinnehmen. Was soll ich machen? Ich habe es auf jeden Fall versucht. Ich habe auch ein paar Buchblogger angeschrieben, Booktuber habe ich jetzt neulich auch angeschrieben, um irgendwie das ein bisschen mal zu verbreiten, wirklich, um es bekannter zu machen, dass zumindest Leute überhaupt wissen, dass es existiert. Weil so an sich weiß es ja kaum einer. Außer wirklich ihr, die auf meinem YouTube-Kanal seid oder auch auf meinem Discord-Server. Und ja, ich habe mir auf jeden Fall wirklich schon eine gute Literaturagentur rausgesucht für mein zweites Buch, die quasi nach Büchern, wie ich sie schreibe, zu suchen scheinen. So kam es mir zumindest vor, nachdem ich mich so ein bisschen über die schon schlau gelesen hatte. Was wollen die? Was mögen die? Was bevorzugen sie? Und was mögen sie hingegen auch nicht? Das hat schon ziemlich gut gepasst, wo ich dachte so, meine Freunde, meine neue Berufsfamilie, wie auch immer. Hallo Sonne, du scheinst wirklich gerade sehr hell und blendest mich. Dankeschön. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Die brauchen ungefähr einen Monat, wenn man denen ein Manuskript und halt auch Vita, Inhaltsangabe und sowas das alles zusendet. Und die antworten aber auf jeden Fall. Das ist halt wirklich ein riesengroßer Unterschied, ob du dein Buch halt wirklich direkt einem Verlag gibst, gerade als unbekannte Autorin, wo du einfach meistens so eine Absage bekommst, wo es nicht mehr gelesen wurde. Oder halt, wo du es bei einer Literaturagentur versuchst und dort halt dann wirklich, du weißt, wenn es angenommen wird, ist es halt auf jeden Fall zumindest gut genug. Ob es ansonsten für jeden gut ist, ist klar, auch Geschmackssache, Ansichtssache, wie auch immer. Aber ja, und wenn es dir nicht gefällt, ist es halt vielleicht nicht gut genug oder es passt gerade nicht einfach in die Zeit oder sowas. Es gibt ja auch bestimmte Phasen, wo gerade eher dieses Thema oder Genre angesagt ist, dann wieder so. Ich hatte ja auch durchaus geguckt vorher, so von wegen, sind Vampirbücher überhaupt noch angesagt? Und da habe ich halt gelesen, dass doch kurz vor Veröffentlichung meines Buches noch ein anderes Vampirbuch tatsächlich auch irgendeinen Preis gewonnen hat oder mit unter den besten Büchern des Jahres oder sowas steht, wo ich dachte, hey cool, also ist immer noch angesagt, kann man wirklich machen durchaus. Aber natürlich ist das doof, man wird immer mit Twilight verglichen. Das nervt mich auch. Weil Stephanie Meyer hat wirklich großartig versucht, nochmal neue Vampire zu erschaffen. Das Glitzern, wie gesagt, kann man mögen oder kann man albern finden oder was auch immer. Ich habe es einfach mal hingenommen als das, was es ist, obwohl ich es auch ein bisschen albern fand, gerade im Film, wo ich auch dachte, ja okay, es ist ganz witzig und süß, aber naja. Aber insgesamt mag ich die Bücher auf jeden Fall sehr gerne und die Filme sind auch nicht schlecht gelungen. Kann man wirklich nicht anders sagen. Aber es ist ja trotzdem was ganz anderes als das, was ich gemacht habe. Und es war einmal richtig böse. Es hatte irgendein Idiot wirklich behauptet auf Amazon, erst einmal in seiner Rezension, dass mein Buch total von Twilight abgeguckt worden wäre. Diesen Kommentar habe ich auch dementsprechend gemeldet, weil es einfach eine Lüge ist. Twilight war in keinster Weise die Inspiration dafür, nur für einen einzigen Nebencharakter vom Charaktertyp an sich her. Einfach von der Art her immer fröhlich, immer freundlich. So habe ich auch einen Charakter gemacht, wie halt Alice ist von den Cullens bei Twilight. Das war die einzige Verbindung, die ich bewusst von Twilight genommen habe in meinem Buch. Ansonsten ist nichts von Twilight. Ist einfach wirklich so meine Hauptinspiration, kann ich nochmal sagen, ist ein Anime gewesen. Devil's Line. Ne? Und deswegen nix Twilight. Es gibt ja auch nicht nur Twilight, es gibt so viele andere Vampirfilme und Bücher. Es gibt die Black Dagger Bücher zum Beispiel. Warum gibt es davon eigentlich noch keine richtige Real-Life-Serie? Ich weiß es nicht. Es sind großartige Bücher. Es gibt Vampirsohn ist auch ein sehr interessantes Buch. Oder was war das noch hier? Auch Vampirkönig oder sowas? Wo ist es denn? Ah, okay, ist jetzt da hinten im Schrank. Aber es gibt ansonsten auch noch Sachen, die verfilmt wurden von Vampiren. In Moonlight gab es leider nur eine Staffel von. War eine großartige Vampir-Serie. Genau wie Clan der Vampire. Von Vampire the Masquerade war das ja eine Serie, die gemacht worden war. Auch nur acht Folgen, weil dann der Hauptdarsteller mit dem Motorrad tödlich verunglückte. Und dann war einfach finito. Tagebuch eines Vampirs. Dann als Serie, ne? Vampire Diaries. Ist auch mit netten Vampiren, ne? Sieh dir an Stephen, der ist fast wie Edward von Twilight. Ne? Sind auch Ähnlichkeiten. Trotzdem ist es nicht eins zu eins dasselbe. Das sind völlig unterschiedliche Geschichten. Oder auch True Blood. Ne? Waren auch vorher Bücher. Ich weiß nicht, wie die Bücher heißen. Ich hab wirklich da nur die Serie tatsächlich kennengelernt. Bill ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein böser Vampir. Ne? Ist auch ein sehr netter. Er verliebt sich auch in eine Menschenfrau und sowas. Ne? Ist trotzdem auch kein Twilight. Es gibt so viele Sachen in dieser Hinsicht. Alle sagen sofort, oh, Twilight. Nein. Einfach nur nein. Nein. Ich werde auch hauptsächlich bei diesem Thema bleiben, weil mir zu Vampiren einfach immer was Neues einfällt. Mein Vater oder auch andere Leute haben mir tatsächlich gesagt, wieso schreibst du immer über Vampire? Du könntest über alles schreiben. Du hast so einen tollen Schreibstil. Wieso schreibst du nicht einfach normalen Krimi oder normale Action-Geschichten? Und ich hab gesagt, nein. Das wäre mir persönlich zu langweilig. Gerade Krimis gibt es wirklich wie Sand am Meer. Es ist mir zu gewöhnlich tatsächlich, muss ich sagen. Ich lese es auch nicht selber gerne. Deswegen ist es einfach nicht mein Ding. Dass mein erstes Buch ein Krimi zum großen Teil auch geworden ist, hat sich so ergeben. Aber es war absolut nicht von Anfang an mein Plan gewesen, so, jetzt schreibe ich ein Krimi. Nein. Ich wollte einfach eine gute Vampirgeschichte schreiben, inklusive Love Story. Und das war der Anfangs- und Ausgangspunkt der Geschichte. Ist einfach so. Und ja, es ist halt wirklich einfach ärgerlich und traurig. Ich hatte wirklich gerade, damit mein Buch auch bekannter wird, damit es irgendwie gut aussieht auch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich hatte halt einfach auf meinem Discord-Server hatte ich mal geschrieben, Hey Leute, ich möchte euch einfach bitten, jeder, der mein Buch gelesen hat, dem es gefällt, mögen wir doch bitte mal eine Rezension auch im Internet hinterlassen, auch für andere Menschen. Damit man wirklich weiß, hey, es wurde schon mal gelesen und es gibt Menschen, ja, es gibt halt Menschen, die es gelesen haben. Und deswegen mal eure Meinung dazu, ne. Bitte hinterlasst mir doch da gerne mal eine positive Rezension. Und genau danach, deswegen, ich habe wirklich anscheinend Hater mit auf meinem Discord-Server. Denn genau nachdem ich das gesagt habe, kurz darauf, hatte ich zwei negative Rezensionen. Ich hatte vorher nur zwei Fünf-Sterne-Rezensionen gehabt, die mich total gelobt haben. Alles super. Die haben das Buch an sich vom Format her gelobt, die haben die Geschichte gelobt, sind darauf eingegangen, Schreibstil, alles. Das würde ich halt, dass man es auch gut, sich ein Bild machen konnte. Und dann auf einmal einfach nur was total Böses. Und seitdem hagelt es immer mehr negative Rezensionen einfach nur. So von wegen Schnarch, Twilight für Arme oder auf Wish bestellt oder was auch immer irgendwie. Und das kann ich tatsächlich nicht ernst nehmen. Gerade manche Sachen, die ich da wirklich auch gelesen habe, da hat sich auch eine zum Beispiel nur über das Cover beschwert, wo sie auch gesagt hat, so von wegen, ja, hier ist sie dafür vor die Tür gegangen. Bin ich nicht direkt, ich bin schon ein bisschen spazieren gegangen, habe dann irgendwann dieses geile Bild draußen gesehen, habe gedacht, ey geil, mache ich ein Foto von. Und ich habe sehr lange überlegt, okay, wie will ich ein geiles Buchcover machen? Ich habe nicht viele Möglichkeiten. Ich habe keinen Grafikdesigner, keine geilen Grafikprogramme, keine Kenntnisse in dieser Hinsicht. Was tue ich? Und dann würde ich einfach den Maker, sage ich mal, genommen, diesen Coverersteller von Tradition selber und habe dann halt kurzerhand dieses Foto genommen. Wie gesagt, noch diese Vampiraugen dann da reingepackt, so transparent und sowas. Alles okay, kann man auch machen. Und es reicht doch. Also ich finde trotzdem, für mein erstes Buch, wie gesagt, muss man auch berücksichtigen, es ist mein allererstes, ist es gut. Ich bin zufrieden. Und andere haben mich auch sogar fürs Cover gelobt. Also just saying, es muss nicht immer so ausgefallen sein oder sowas. Was Simples reicht. Hauptsache, der Titel kommt gut zur Geldschung, man weiß an sich kurz, okay, darum geht's. Wie gesagt, die Beschreibung hinten auch noch habe ich hier hingeschrieben, mit ein paar Blutstropfen noch hier dabei, dass es nach was aussieht, auf jeden Fall. Es ist vollkommen okay. Aber die hat sich darüber total aufgeregt und eigentlich auch nur das. Zur Geschichte hat sie nur geschrieben, ja zur Geschichte kann ich nur sagen, absoluter Schmutz. Wo man sich dann auch fragt, warum? Könntest du das bitte näher erläutern? Ich glaube, diese Person kann es nicht, weil sie es nicht gelesen hat. Es sind wirklich teilweise Behauptungen in diesen Rezensionen zustande gekommen, die einfach total aus der Luft gegriffen sind. Da weiß man wirklich nicht oder kann in dieser Hinsicht nur davon ausgehen, weil es wirklich einfach nur Hate ist, dass sie wirklich einfach nur mein Buch zerreißen wollen, weil es von mir ist. Einfach nur deswegen. Und das finde ich schon sehr boshaft, krank, einfach nur richtig böse und ekelhaft. Es gibt ein paar wenige Rezensionen, wo wirklich noch beisteht, so von wegen, es tut mir leid, aber wenn es mir nicht gefällt, wo ich dann denke, okay, es gefällt dir nicht, das ist dein gutes Recht, in Ordnung. Das ist dann auch okay. Wenn da gesagt wurde, ja, ich habe bis dahin und dahin gelesen, deswegen ist nicht so meins, dann vollkommen in Ordnung. Das ist ja konstruktiv, das ist wirklich dann annehmbar, sagt man auch sehr schade und traurig, aber okay, das kann man hinnehmen, damit kann man arbeiten. Ist okay. Hat auch einer nämlich gesagt, so von wegen, ja, man merkt, dass kein Lektorat dabei war, was nicht mal richtig ist. Also ich habe kein professionelles Lektorat genommen, sondern nur jemanden genommen, der sich sehr gut mit Grammatik und auch Rechtschreibung auskennt. Den habe ich das drüber gucken lassen, der hat auch lange dafür gebraucht, sich wirklich Zeit genommen, sich intensiv darin eingearbeitet und das mehrmals alles gelesen, wirklich Wort für Wort, Satz für Satz, auf alles geachtet und ich habe wirklich noch viele Verbesserungen vornehmen können, wo ich mal einen Wortdreher hatte oder einen kleinen Rechtschreibfehler, einen Komma falsch gesetzt hatte, Flüchtigkeitsfehler, die halt ganz normal entstehen, die man selber beim eigenen Kontrollelesen auch nochmal gerne übersieht, weil man kennt es, man hat es selber geschrieben und dann ist man manchmal zu schnell und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist ganz normal, kann passieren. Deswegen, ich habe auf jeden Fall jemanden drüber gucken lassen, habe mich eingehend nochmal damit beschäftigt. Aber professionelles Lektorat ist wirklich sehr, 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 sehr teuer. Gerade wirklich, kann ich nochmal hier gucken, gerade beim Taschenbuch, da habe ich nämlich ein paar mehr Absätze nochmal gemacht im Vergleich zum Hardcover, um es halt nochmal ein bisschen schöner zu machen. An sich mein erstes Buch hat, lass mich nicht lügen, 344 Seiten und pro Seite, günstige Lektoren nehmen schon pro Seite so ungefähr 5 Euro und das dann auf über 300 hochzurechnen. Es gab eine, die sogar gesagt hat, sie macht das noch nicht lange oder sowas, sie würde 1 Euro pro Seite nehmen für eine grobe Sache, irgendwie so für eine grobe Einschätzung, für grobes Lektorat oder sowas. Aber selbst 1 Euro pro Seite, dann habe ich 344 Euro zu zahlen. Das habe ich bisher auch nicht durch meine Bücher verdient, in keinster Weise. Das kann ich mir nicht leisten, okay? Das ist einfach wirklich viel zu viel, das geht nicht. Deswegen, schön und gut, dass manche Leute sagen, man merkt, dass kein Lektorat dabei war. Ja, okay, ist dann unschön. Aber andere finden es trotzdem auch gut. Ich habe mal eine Nachricht von jemandem gekriegt, das waren 66 Einzeiler auf Discord, wo er gesagt hat, wow, Vampi, ich habe jetzt dein Buch gelesen und ich muss sagen, ich habe dich unterschätzt. Deine Vampire sind so authentisch, das könnten meine Nachbarn sein. Ich habe mir so einen abgelacht bei diesem Feedback, der hörte gar nicht mehr auf, mein Buch zu loben. Er hat gesagt, und hier, diese Szene war auch so geil. Oder hier, die beste Freundin der Protagonistin, die hat sich nicht in die Geschichte reingedrängt, sondern wurde auch logisch und authentisch in die Geschichte mit eingebunden, eingebaut. Das war so gut und flüssig und auch so liebenswert. Ich mag jeden der Charaktere, die sind alle so greifbar. Ich möchte eine Fortsetzung auf der Geschichte. Notfalls bringe ich dich mit Gewalt dazu, eine Fortsetzung zu schreiben. Solche Sachen kamen da alle, das war einfach herrlich. Und wie gesagt, er ist nicht der Einzige, der mich so gelobt hat. Lustigerweise, mein Buch ist ja eigentlich so ein Jugendroman, hauptsächlich für Frauen ab 14. Und ich bekomme hauptsächlich Lob von Männern. Warum gefällt euch mein Buch? Ich finde es gut, aber es ist schon irgendwie lustig, weil es ist eigentlich an der Hauptzielgruppe vorbei. Aber ist auch okay. Und es gibt ja auch durchaus ein paar Mädels, die auch schon gesagt haben, hey, ist toll, gefällt mir echt gut. Ich bin jetzt schon so und so weit und das ist alles toll und ich muss demnächst mal gucken, wann ich wieder Zeit zum Lesen habe. Ich will mir auch richtig Zeit dafür nehmen und sowas. Das ist halt das, was viele auch wirklich haben, viel zu wenig Zeit. Aber ja, so sieht es halt aus. Deswegen auf der einen Seite gibt es das und auf der anderen Seite dann halt diese, die Hater. Und das ist halt wirklich das Schlimme daran, es ist anders, als wenn ich einen negativen Kommentar auf YouTube bekomme, weil hier bei meinem Buch geht es halt wirklich um Geld. Bei YouTube kann man sich ärgern oder auch würde ich dich vielleicht mal schlecht fühlen, wenn jemand sagt, geh doch sterben oder sowas. Okay, nimmt man dann halt hin, ist ein doofer Hater-Kommentar und dann lebt man damit irgendwie. Aber da, wenn potenzielle Käufer, gerade auf Amazon wirklich, nach neuen interessanten Büchern suchen, die sie für ihren Urlaub oder sowas mitnehmen können, dann entdecken sie, würde ich vielleicht mein Buch und sagen, hey, das klingt interessant, sieht interessant aus, mal gucken, was ist das denn? Was sagen denn die Rezensionen? Und dann überall nur ein Stern ist auch nämlich die Sache, immer nur wirklich ein Stern. Warum nicht mal zur Abwechslung auch zwei oder drei, was eine authentischere Meinung auch sein würde? Warum wird nicht immer nur einer? Das ist auch sehr verdächtig. Und ansonsten, wie gesagt, hatte ich nur zwei Fünf-Sterne-Bewertungen. Deswegen ist es seltsam. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, potenzielle Käufer werden davon natürlich dann total abgeschreckt und sagen sich, okay, wenn die alle das so schlecht bewerten, kann das ja nicht sein. Und das ist natürlich dann absolut nicht geil. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt, was da noch so kommen wird. Und wie das allgemein sich weiterentwickeln wird. Aber je mehr Bücher ich auf dem Markt habe, desto besser wird es natürlich sowieso insgesamt laufen. Klarer Fall. Und ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich habe mein Ziel mir wirklich ganz klar gesetzt, jedes Jahr ein Buch auf den Markt zu bringen. Gerade, wie gesagt, da ich am Anfang an mehreren Büchern geschrieben habe, habe ich eigentlich nirgendwo einen Punkt von null an. Ich habe immer was, wo ich ansetzen kann, wo ich sage, okay, jetzt mache ich bei der Geschichte weiter. Jetzt mache ich bei der Geschichte weiter. Dieses Jahr kommt dieses Buch oder jenes Buch auf den Markt. Und das ist gut. Wenn es über die Literaturagentur nicht klappen sollte, dann mache ich es halt weiterhin über Tradition. Aber es kommt auf jeden Fall immer was. Vielleicht nicht unbedingt sofort noch dieses Jahr, je nachdem, wie gut das jetzt alles vorangehen wird. Aber sonst halt auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres. So viel ist sicher. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass ich für euch und mich selber auch Weihnachten dieses Jahr noch mitnehmen kann. Dementsprechend. Aber das werden wir sehen. Ich tue mein Bestes auf jeden Fall. Das kann ich euch versprechen. Und mein zweites Buch heißt Das Geheimnis des Waldes. Ich hoffe, das wird nicht geändert irgendwie. Auch durch ein Lektorat. Wenn ich wirklich bei einem Verlag mit automatischem Lektorat, sage ich mal, unterkomme, dass die sagen, nee, das muss anders heißen, könnte ja im schlimmsten Fall vielleicht irgendwie passieren. Dann hoffen wir es mal nicht. Aber ansonsten würde es heißen Das Geheimnis des Waldes. Und es ist eine Geschichte über Wehrwölfe und eine Hexe. Und dieser Roman wird auch definitiv erst ab 16 sein, nicht ab 14. Ich meine, Eragon ist sogar ab 10, habe ich gesehen. Und wo ich auch denke, würde ich niemals einem 10-jährigen Kind in die Hand drücken. Dafür sind manche Szenen viel zu grausam und viel zu gut beschrieben, dass da Leute auch zerrissen werden oder sonst was irgendwie. Oder wie Leichenberge beschrieben werden und sowas. Das ist furchtbar. Wie gesagt, für so jemanden wie mich oder allgemein auch wirklich Erwachsene halt, wenn die das lesen, okay, kann man ja mitleben. Dann schüttelt man sich auch bei manchen Szenen und denkt sich, boah. Und dann liest man so, das Buch ist ab 10? Nein? Also ich will das schon vernünftig machen. Also mein zweites Buch wird, wie gesagt, definitiv ab 16 sein. Ich hatte bei meinem ersten Buch schon überlegt, ob ich das ab 16 vielleicht erst freigeben soll. Aber ich habe dann gedacht, nee, komm, Eragon ist sogar ab 10. Twilight irgendwie auch. Die meisten Bücher, Harry Potter, da waren Bücher ab 6. Und dann, wo dann einer gestorben ist, hier mit dem Feuerkelch, war dann ausnahmsweise ab 12. Wo ich auch denke, ich fand die ersten Harry Potter Filme, gerade den dritten mit den Dementoren, das würde ich doch kein sechsjähriges Kind gucken lassen. Also bitte, da kriegt man doch Albträume als Kind. Das ist ein bisschen seltsam. In meinem ersten Buch gibt es auch direkt zu Beginn eine angedeutete Vergewaltigung. Deswegen, sowas drückt man auch keinem Kind halt in die Hand. Deswegen, 14 ist das schon das Niedrigste, was ich nehmen konnte, mit gutem Gewissen. Es ist ja an sich auch nichts passiert, es ist nur angedeutet und es kommt nicht dazu. Aber, ne, deswegen, da muss man halt wirklich aufpassen. Und bei meinem zweiten Buch ist es halt wirklich nochmal ein Ticken grausamer insgesamt. Also nicht bezüglich Vergewaltigung, sowas kommt da gar nicht vor. Aber, ähm, es gibt gewisse Szenen auf jeden Fall, die vielleicht nicht für jeden was sein könnten, sag ich mal. Deswegen, ich will mich hauptsächlich immer wirklich nach wie vor auf die Liebe beziehen. Es werden immer Liebesgeschichten sein. Aber mit einem mal mehr, mal weniger düsteren Touch. Das ist mir selber einfach sehr wichtig. Und es ist halt einfach meine Welt. Wie gesagt, hauptsächlich Vampire, jetzt demnächst mal Wehrwölfe, dann wieder Vampire. Es gibt auch eine Drachengeschichte, die ich geschrieben habe. Irgendwann wird es auch, glaube ich, eine Geistergeschichte geben. Da habe ich nämlich auch Ideen zu. Ähm, ja, das kann ich halt sagen, dass das halt so kommen wird. Deswegen, da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Wenn ihr selber nicht lest, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Aber ich würde euch ansonsten bitten, einfach, wenn ihr irgendwelche Leute kennt, egal, seines Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde und Familie, egal wen auch immer, empfehlt wirklich bitte mich oder allgemein auch wirklich mein erstes Buch, was schon ja da ist, wie gesagt, wirklich weiter. Beim Taschenbuch verdiene ich auch, muss ich mal eben anmerken, so gut wie nichts. Selbst über Tradition selber ist es weniger als ein Euro. So, tatsächlich, das hat sich eigentlich fast gar nicht gelohnt. Ähm, am besten ist halt wirklich Hardcover. Auch wenn ich da fairerweise wirklich sagen muss, ich hatte das noch nicht im Blocksatz, sondern linksbündig. Kann man aber auch lesen. Ne? Ist halt ein bisschen anders und ich habe noch nicht so viele Absätze gemacht bei den Dialogen. Deswegen lässt sich dann insgesamt die neuere Variante, die halt im Taschenbuch und auch im E-Book drin ist, lässt sich etwas schöner lesen. Aber trotzdem ist das hier kein Einbruch. Ne? Es ist vollkommen okay. Nur das auf jeden Fall muss ich halt fairerweise dazu sagen. Wenn ihr es über Tradition kauft, wie gesagt, tut ihr mir damit einen besonders großen Gefallen. Dann bekomme ich etwas mehr, wie gesagt, vom Verkaufspreis. Und bei Tradition selber bekommt ihr auch ein eingebundenes Lesezeichen bei der Hardcover-Variante. Die gibt es, wenn ihr das über Amazon kauft, nämlich nicht. Da gibt es kein Lesezeichen extra dazu. Das gibt es nur bei Tradition. Haha. Und ansonsten, wie gesagt, direkt nach dem Hardcover verdiene ich am besten am E-Book. Und Taschenbuch ist wirklich das Schlimmste. Aber wie gesagt, was ihr davon macht, ist eure Sache. Es soll ja auch euch schließlich Freude bereiten, womit auch ihr einmal am besten zurechtkommt, wenn ihr das Buch auf Zugfahrt mitnehmen wollt. Oder halt einfach nur im Regal abends noch im Bett gemütlich lesen. Was auch immer. Oder es euch von eurem besten Freund, eurem Partner oder sowas vorlesen lassen. Habt ihr auch eine Art Hörbuch, ne? Es gibt viele Möglichkeiten. Von daher, das war mir einfach mal sehr wichtig zu sagen. Ich danke euch nochmals von Herzen für euch alle. Euch alle, alle Abonnenten da draußen. Wirklich und alle allgemein Unterstützer. Schaut gerne bei meinen Streams auf Twitch vorbei. Wie gesagt, immer montags und freitags. Deswegen immer schön nach dem Wochenende, um erstmal einen schönen Start in die Woche zu haben. Und ein schöner Anfang ins Wochenende, wenn die Arbeitswoche endlich wieder vorbei ist. Immer halt ab 19.15 Uhr bis 21.30 Uhr. Deswegen, schaut da wirklich gerne mal vorbei. Ansonsten viel Spaß weiterhin mit meinen Videos natürlich. Allgemein mit meinem Content. Wie gesagt, auch sehr gerne mit meinem Buch. Ich hab da wirklich viel Liebe reingesteckt. Und genau, das ist noch eine Sache, die ich abschließend sagen muss. Das ist ganz wichtig. Mein Ziel ist es nämlich, wirklich mit meinen Büchern nicht nur Leuten eine gute Zeit zu geben. Eine kurze Flucht aus der Realität. Nein. Mir ist es tatsächlich wichtig, das lese ich jetzt auch nicht ab, das sage ich einfach so. Es ist einfach ein Fakt. Es ist mir einfach wirklich wichtig, dem Leser, dem aufmerksamen Leser, zwischen den Zeilen eine Botschaft für sein Leben mitzugeben. Also eine Botschaft, die er positiv für sein eigenes, reales Leben nutzen kann. Und die Botschaft meines ersten Buches lautet in dieser Hinsicht halt wirklich, Egal, wie mies dein Leben auch momentan aussehen mag, vergiss niemals, dass es immer Menschen geben wird, die dich lieben. Und zwar genau so, wie du bist. Ich denke mal, das ist eine gute Botschaft. Und mit diesen Worten kann ich dann auch guten Gewissens das Video beenden. Wie gesagt, seid gespannt auf das alles, was noch kommen wird. Und ja, wie gesagt, viel Spaß und immer schön anständig bleiben. Sonst schreit euch die Zensierziege ins Ohr, die mein treuer Begleiter schon auch geworden ist bei jedem Stream. Und damit auf jeden Fall jetzt wirklich endgültig Ende. Und ja, macht's einfach gut. Euch noch einen wunderschönen restlichen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hier seht. Und haltet mir gerne die Treue. Ich bin immer gerne für euch da und freue mich, je mehr Menschen ich unterhalten kann. Macht's gut. Eure Wempi. Ciao. 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 Vielen Dank.